Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu Aktien im Fokus für Mittwoch, den 14.01.2015. Mein Name ist Dennis Gürtler. Lassen Sie uns das Video mit dem DAX beginnen. Wir hatten gestern durchaus einige bullische Impulse, konnten hier ausgehend von dieser leicht bullischen Flagge letztendlich noch mal knappe 180 Punkte ansteigen. Gegen gestern Abend setzte allerdings ein deutlicher Verkaufsdruck in den amerikanischen Indizes ein. Das sahen wir hier im Bereich der 17.950er Marke. Der Dow Jones fiel hier knappe 450 Punkte. Das wiederum überraschte, weil der DAX lediglich hier ab 160 Punkte nachgab, Pullback auf die bullische Flagge und sich dann wieder sehr bullisch stabilisieren konnte. Während also der DAX bereits wieder an dem Vortagesniveau von rund 9980 Punkten tendiert, konnte sich dahingegend der Dow Jones, aber auch der S&P nicht mehr so stark erholen. Wir sahen also eine deutliche Stärke im DAX und eine etwas stärker ausgeprägte Underperformance in den amerikanischen Indizes. Lassen Sie uns kurz auf den Dow Jones eingehen, wenn wir ihn hier schon haben. Der Dow Jones hier auf dem 4-Stunden-Chart momentan seitwärts gerichtet. Die nennenswerten Unterstützungen liegen auf der Unterseite aktuell bei 17.370 Punkten. Das ist das Dreieck. Untergeordnete Trendwende wäre hier möglich. Aus der markttechnischen Sicht ist es ein sehr wichtiges Level. Deutlich kritischer sollte es unter 17.245 Punkten werden. Unter 17.245 Punkte erwarten wir letztendlich einen Abverkauf auf 17.000 Punkte. Hier spätestens sollte er sich stabilisieren. Für den heutigen Handelsverlauf spielen also vorrangig die 17.370, 17.350 Punkte eine Rolle. Und natürlich der Ausbruch hier long über der 17.950er Marke. Jetzt zu shorten ist ein bisschen riskant, weil eben der Marktbreite S&P 500 hier an der unteren Trendkanallinie angekommen ist. Selbst wenn er das bricht, spätestens bei knapp 2.000 Punkten sind wir nicht nur psychologisch unterstützt, sondern auch noch hier durch das letzte Wochentief, abgekürzt mit VWT, Vorwochentief. Das ist hier bei 1.990, knappe 2.000er Marke sind wir dran. Bricht diese Marke, ist die nächste Long Chance bei 1.965 Punkten. Sollte es im S&P hier über 2.071 gehen, wäre das ebenfalls eine interessante Long Chance. Und wenn wir zurückgehen zum DAX, dann haben wir hier eine Long Durchbruchsmöglichkeit über 9.980 Punkten. Das ist das gestrige Tageshoch oder anders formuliert das Vortageshoch. Geht es über 9.980, erwarten wir einen aufwärtsgerichteten Schub bis in den Bereich von 10.107 Punkten. Der französische KAK 40 ist mir aufgefallen, nur so am Rande. Auch hier in einem interessanten Dreieck ist natürlich sicherlich, wer interessiert sich schon für den französischen Index, mag der eine oder andere sagen, aber die Chart-Technik ist universell und unabhängig von der Asset-Klasse, von dem Basiswert her. Und wir sehen deutlich, wie er momentan hier innerhalb dieses Dreiecks deutlich schwankt. Er konsolidiert, ähnlich wie der DAX über das gesamte Jahr 2014. Allerdings wären natürlich hier auch nochmal zwei Zonen und die markiere ich jetzt einfach mal blau, damit man so ein bisschen bessere Übersicht hat. Zum einen natürlich hier unten, das wäre ein Premium-Einstieg, 4.040 Punkte, ist knapp über der psychologischen 4.000er Marke. Dazu kommt hier die Monats-EMA 50 bzw. die Wochen-EMA 200, je nach Skalierung. Das wäre hier in dem Fall eine schöne Unterstützungszone. Alternativ wäre aber auch nochmal die Durchbruchszone hier im Fokus. Letztendlich ist es ja egal, ob man den DAX, Dow Jones, den französischen KAK 40 oder vielleicht auch den russischen RTX handelt. Und es ist auch egal, ob er steigt oder fällt, solange man letztendlich davon profitiert und Geld macht. Und von daher kann man sich ja im Hinterkopf merken oder auf die Watchlist setzen, der französische KAK 40 hier interessant über 4.432 Punkten oder im Fall einer Korrektur im Bereich von 4.060. Beides ist möglich. Wir sind innerhalb des Dreiecks. Innerhalb des Dreiecks, und da sieht man auch deutlich, ist der Markt sehr abgehakt. Und vor allem hier in der Form sind untergeordnete Richtungswechsel, man nennt auch, also denkbar und vor allem auch wahrscheinlich. Er ist einfach abgehakt, choppy, ja. Und erst an der unteren Zone erwarten wir hier wieder, also ich mache mal das Dreieck mal wieder weg, an der unteren Zone erwarten wir wieder explosive Bewegungen oder eben über 4.435 Punkten. Aber es gibt natürlich auch andere Entwicklungen, die wir besprechen müssen. Zum einen natürlich der Euro-US-Dollar. Der ist hier mittlerweile auf ein neues Jahrestief gefallen, ist weiterhin schwach, also Long-Positionen im Euro sind weiterhin gefährlich. Wenn überhaupt, kann man sich den Euro Long nochmal anschauen, über 1,19, aber in der gegenwärtigen Situation ist er deutlich unter Druck. Heute war natürlich auch der Europäische Gerichtshof im Fokus, mit dem Gutachten, inwieweit hier die EZB fiskalpolitisch agieren darf. Wahrscheinlich ein Grund, warum auch der DAX heute ein wenig stärker und gestern auch ein wenig stärker war als die amerikanischen Indizes. Ich habe Ihnen wieder interessante Aktien mitgebracht. Lassen Sie uns doch mal schnell auf Conti blicken. Wir hatten, das ist Daimler, wo haben wir die Conti? Hier, Conti, da stellen wir den Bezug zum gestrigen Video her. Wir hatten gesagt, die Continental-Aktie ist durchaus hier Long zu bevorzugen. Gerade, wenn man sich hier das mal ganz kurz anguckt, mit dem bullischen Durchbruchspunkt, hier die 6, kam ein sehr, sehr bullisches Momentum auf. Glückwunsch an diejenigen, da die den Trade umsetzen konnten. Wir hatten hier ein schönes bullisches Marktmuster. Wenn wir jetzt eine Korrektur sehen, dann wäre das ideal, vielleicht nochmal hier auf das Ausbruchsniveau, aber spätestens dann erwarten wir dann weiter steigende Kurse, falls die Korrektur eben kommt. Sie muss nicht eintreten, aber wenn sie kommt, kann man sich nochmal am ehemaligen Ausbruchsniveau ein paar Long-Positionen zumindest anschauen. Es ist ja kein, man muss sie ja nicht zwangsläufig umsetzen, aber man kann zumindest die auf die Watchlist setzen. Ähnliches Setup sieht man in der Allianz. Also im Prinzip das, was wir in der Continental-Aktie hier analysiert haben, ein typisches Ausbruchsmuster, sehen wir auch bei der Allianz hier auf dem Stundenchart. Der Handelsverlauf einer Kerze spiegelt eben, also eine Kerze spiegelt den Handelsverlauf so rum von einer Stunde wieder. Ist also ein kurzfristiges Setup oder eher kurzfristig zu sehen und ein Ausbruch über das Level der psychologischen 140er-Marke wäre nicht nur untergeordnet relevant. Ich meine, untergeordnet sicherlich ganz nett, aber vor allem auch übergeordnet. Denn das, was Sie hier sehen, die 140er-Marke, sind auch gleichzeitig die Jahreshöchststände des letzten Jahres 2014. Und deswegen haben wir hier durchaus mit mehr Momentum oder ist mit mehr Momentum zu rechnen, weil es eben nicht nur untergeordnet irgendwo ein kleiner Ausbruch ist, sondern es eben auch untergeordnet, sondern übergeordnet auch eine Rolle spielt. Ganz, ganz wichtig. Also wir nehmen den Schwung aus dem Tageschart mit. Kann man vielleicht so auf die Formel verkürzen. Schauen Sie sich da auch mal die Allianz an. Daimler, auch hier schöner Ausbruch, hatten wir ebenfalls mehrfach analysiert. Und die 71er-Marke war oder stellte das Jahreshoch 2014 dar. Jetzt sind wir durchgebrochen. Sehr bullisch. Auch unter dem einen Indiz dafür, dass es im DAX eigentlich weiter long gehen sollte. Im Falle einer Korrektur würde ich hier nochmal die Daimler-Aktien im Bereich der 70-Euro-Marke näher anschauen. Dann die deutsche Börse. Kommt hier an die Jahreshöchststände aus dem Jahr 2014. Das war Dezember. Also kurz vor Ende des Jahres. Dann Dezember 2013. Dann setzte im Jahr 2014 hier die abwärtsgerichtete Korrektur ein. Ich zeichne die jetzt einfach mal ganz schnell in gelb ein. Mit dem Bruch dieses abwärtsverlaufenden Trendkanals konnten wir ein sehr bullisches Momentum erzeugen. Und wenn wir jetzt eben das Ganze auf dem Stundenschart betrachten, dann wäre natürlich hier auch nochmal der Pullback interessant. Im Bereich der 60-50. Das heißt also, wenn wir das mit einem Prognose-File machen, dann wäre das hier unten nochmal sehr, sehr interessant. Das zum Thema deutsche Börse. Sowas habe ich mir noch aufgeschrieben. Deutsche Post. Haben wir hier ein Ausbruchslevel über der 28. Sollte es hier weiter long gehen. Ich mache das jetzt einfach mal mit einem roten Pfeil. Der abwärtsgerichtete Trend aus dem Jahr 2014 wurde überwunden. Und wenn er jetzt hier über die 28 ansteigen kann, wäre das positiv zu werten. Gleiches gilt für die Freenet-Aktie. Sehr bullisch, schön durchgebrochen. Wir hatten auch hier ein sehr, sehr schönes Marktmuster von steigenden Tiefs und gleichbleibenden Hochpunkten. Die Hochpunkte markiere ich jetzt einfach mal mit einer gelben Zone, dass man die auch nochmal hier im Blick hat. Und auch da wäre nochmal der Rücklauf zu bevorzugen, falls es hier also zu einem Rücklauf kommt. Ähnliches Setup bei der 24er Marke. Nächstes Setup in dem Fall ist dann die Linde auf dem Stundenschart. 156 steigende Tiefs, gleichbleibende Hochs. Ausbruchwahrscheinlichkeit Long ist gegeben, über 156 Euro. Dann nochmal ein Blick auf Hewlett-Packard. HP, momentan auf dem Stundenschart hier seitwärts gerichtet. Ein Ausbruch außerhalb dieser Seitwärtsphase oder darüber würde auch hier mit weiterem Momentum verbunden sein. 41 Dollar pro Aktie, das ist das Level, das man sich merken sollte. Und als letztes schauen wir uns nochmal hier Walmart an. Walmart in dem Fall auf dem Stundenschart auch sehr, sehr bullisch korrigiert gerade. Ein Pullback-Setup hier unten wäre ebenfalls für den heutigen Tag relevant. Passen Sie nochmal auf, auf die US-Zahlen um 14.30 Uhr. Die gilt es zu beachten, genauso wie die Zahlen um 20 Uhr. Wenn wir, um es zu konkretisieren, 14.30 Uhr Importpreise und Einzelhandelsumsatz für den Dezember aus den USA und natürlich das Beespuck der FED um 20 Uhr sollte auch nochmal relevant sein für Gold, Euro, US-Dollar, US-Dollar als solches und den Dow Jones. Also von daher, es ist mit Volatilität zu rechnen. Das war es jedenfalls für heute von meiner Stelle aus. Ich hoffe es hat Ihnen gefallen. Ich würde mich freuen, wenn Sie das Video bewerten. Und dann hören wir uns morgen dann zur Donnerstagsausgabe wieder für den 15.01.2015. In diesem Sinne sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good trades. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020